Rath startete mit seinem letzten Tipp schlecht ins Turnier. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Achtelfinale. Deutschland gegen Ägypten. Was sagst du dazu, Rath? Sehr gute Wahl zu Beginn. Danach sprach wohl der Hunger aus unserem Rennkamel. Unentschieden ist heute nicht drin. Und die erste Wahl nehmen wir ernst. Sieg Deutschland.